Vierundvierzigste Lektion Der Kopfstand hat den Zuschauern sehr gut gefallen. Sie haben viel geklatscht und ich bin schnell berühmt geworden. Aber vor drei Tagen ist etwas Schreckliches passiert. Ich bin mit dem Kopf in einen rostigen Nagel gefallen und die Wunde hat sich so stark entzündet, dass ich mindestens eine Woche nicht arbeiten kann. Man hat mich fristlos entlassen. Kann ich ein Weilchen zu dir kommen? Bis bald! Viele liebe Grüße, dein Peter Lieber Christian, seit fast einem Monat hast du nichts mehr von mir gehört. Inzwischen ist viel geschehen. Ich war sehr beschäftigt. Vor gut zwei Wochen habe ich mich bei einem Zirkus beworben. Ich habe die Stelle bekommen und sofort begonnen zu arbeiten. Was war ich froh! Meine beste Nummer, du weißt schon, der Kopfstand, hat den Zuschauern sehr gut gefallen. Sie haben viel geklatscht und ich bin schnell berühmt geworden. Aber vor drei Tagen ist etwas Schreckliches passiert. Ich bin mit dem Kopf in einen rostigen Nagel gefallen und die Wunde hat sich so stark entzündet, dass ich mindestens eine Woche nicht arbeiten kann. Man hat mich fristlos entlassen. Kann ich ein Weilchen zu dir kommen? Bis bald! Viele liebe Grüße, dein Peter Was geschieht, passiert, hier? Was ist geschehen? Что произошло? При частие прошедшего времени от глагола geschehen не имеет префикса ge перфективное прошедшее время от него образуется с помощью глагола связки sein Поскольку по смыслу это глагол, обозначающий изменение состояния, все сказанное относится и к глаголу-синониму passieren с той только разницей, что при частие прошедшего времени от этого глагола passiert Was ist passiert? Что случилось? Vor zwei Wochen две недели назад слово gut в данном контексте означает, что время указано приблизительно vor gut zehn Minuten минут десять назад sich bewerben um подать заявление, обратиться с просьбой, как правило, о приеме на работу Er bewerbt sich um diese Stelle Он претендует, подает заявление, предлагает себя на это место Er hat sich um diese Stelle beworben Он подал заявление на это место за глаголом beginnen начать следует инфинитив другого глагола с предлогом zu es beginnt zu regnen начинает идти дождь Er wart vor drei Wochen begonnen Deutsch zu lernen Он начал учить немецкий три недели назад глаголы fallen падать и gefallen нравится имеет одно и то же при части прошедшего времени gefallen Das Kind ist ins Wasser gefallen ребенок упал в воду Der Film hat mir gut gefallen Film мне очень понравился entlassen уволить При части прошедшего времени по форме совпадает с infinитивом Der Direktor hat fünf Angestellte entlassen Direktor уволил пятерых служащих Eine Weile недолго ненадолго соответственно Die Langeweile значит надолго Übung Haben Sie schon etwas von Ihrem Mann gehört? Seit ein paar Wochen ist nichts Besonderes geschehen Der Abend gestern hat allen sehr gut gefallen Dieses Haus kostet mindestens 300.000 Mark Ich habe mich vor drei Wochen um diese Stelle beworben und ich habe immer noch keine Antwort Ich habe Ihren Brief gestern bekommen und habe sofort geantwortet Ich habe Ihren Brief gestern bekommen und habe sofort geantwortet Den Zuschauern gut gefallen Sie haben lange geklatscht Firma bankrotилась сделалась bankrotem Всех служащих уволили Die Firma hat bankrot gemacht Man hat alle Angestellten entlassen Sie wohnen seit einem Jahr in Frankfurt Dва месяца назад он поехал в Россию Er ist vor zwei Monaten nach Russland gefahren Die letzte Woche waren wir sehr beschäftigt Herzlichen Dank Viel Glück